Hallo liebe Feuerwehrfitfreunde, heute arbeiten wir an unseren Winkearmen. Gerade uns Frauen stört das immer sehr. Wir wollen ja nicht so Schiss sagen müssen. Aus dem Grund müssen wir im Arm- und Schulterbereich natürlich ein bisschen mehr trainieren. Die Männer haben dieses Problem ja nicht so wie wir. Wir machen dazu Tipps, nennt sich diese Übung. Ihr könnt alles zur Hilfe nehmen, was ihr zu Hause zur Verfügung habt. Einen Stuhl, eine Bettbank, das Bett, ganz egal. Ich habe hier einen Stepper stehen. Ihr setzt euch einfach gemütlich auf den Stuhl zum Beispiel. Streckt die Beine lang. Arme sind neben dem Körper aufgesetzt, neben dem Popo. Und jetzt hebt ihr den Popo ab. Und jetzt geht ihr tief und hoch. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Der Bauch ist fest. Die Beine sind schön angespannt. Der Po ist fest. Und es bewegen sich eigentlich in erster Linie die Arme. Die Arme beugen und die Arme wieder strecken. Und beugen und strecken. Und beugen und strecken. Und beugen und strecken. Diese Übung ist nicht leicht. Aber wie heißt es so schön? Learning by doing. Ihr werdet sehen, von Mal zu Mal gehen ein paar mehr. Und das trainiert eure Oberarme sehr intensiv. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Eure Susi. Bis zum nächsten Mal.